Willkommen zu einer weiteren Folge Traveller's Rest. Ich kann doch noch gar nicht so richtig sagen, was wir heute machen. Wir lassen es mal überraschen. Ich mach mal erstmal das Bettchen und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Erstmal Wasser reinmachen, genau, damit die Miau erstmal was zu trinken hat. Nein, ich wollte, ja, streicheln, genau. Dann wollte ich mal in den Keller. Und zwar hatte ich da einen Hinweis bekommen. Ich hab doch hier irgendwo, irgendwo, äh, da. Das hier. Ist das jetzt... Warte mal, ich muss mit Tastatur, das ist... Mit Maus bin ich... Äh, mit Tastatur, mit Controller bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich kann einfach besser mit, äh, Maustastatur. Mildes Ale, ja, ist wirklich nur ein mildes Ale. Ich brauche ja aber ein mildes Ale, ähm, ein fruchtiges mildes Ale. Und muss da irgendein, ähm, ja, ein Obst zupacken. Nun bin ich davon ausgegangen, weil in der Quest... Kann ich das jetzt hier überhaupt sehen? Lass mal gucken. Die Quests sind hier, glaube ich. Nee, sind nicht... Aber man kann sie doch irgendwo... Da, genau. Weil hier steht, mildes Ale, Modifikate fruchtig. Und hier steht... Normalerweise ist ja zum Beispiel beim Breiwadern hier oben so ein Symbol vom Weizen. Und dann wusste ich, okay, ich muss den Weizen zufügen. Jetzt hätte ich gedacht, hier wird auch irgendwas angezeigt. Also das hat nicht gereicht. Das heißt, ich muss ein mildes Ale machen und muss da irgendwie eine Frucht zufügen. Ich habe aber eigentlich keine Früchte, oder? Machen wir erstmal Gerstenmalz. Und dann kann ich ja mildes Ale machen. Ich brauche aber irgendwie eine Frucht. Ich habe aber keine Frucht. Das ist das Problem. Gehen wir mal raus. So. Heute könnte es sogar sein, dass die Küche mal kalt bleibt. Also dass die Taverne zu bleibt. Weil wir viele andere Sachen machen. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Meine ersten Tomaten. Vier Stück. Hier ist nix erntereif. Ich glaube nicht. Ich mache mal den hier. Aber den Test. Den Erntetest. Nee, bestanden. Da passiert nix. So. Jetzt gehen wir mal nach unten. Da habe ich auch nochmal einen Hinweis bekommen. Und zwar. Müssen wir jetzt erstmal sehen, wo es ist. Was ist das denn hier? Ah, achso. Okay, alles klar. Wilde Kräuter. Ich glaube, das war hier. Der Weg nach. Das war der Weg hier nach unten. Und zwar. Ist hier irgendwo. Wenn ich ihn sehe, sage ich euch, was ich mache. Ist nicht da. Ist wirklich nicht da? Ist nicht da. Den Truthahn. Ich vermisse den Truthahn. Wo ist der Truthahn? Oh, was ist denn hier? Okay, was ist das für ein Schleichpfad? Ah, ich glaube, das ist der Baum, von dem er berichtet. Nee, warte mal. Hier sind irgendwelche Früchte. Aber hier, das könnte auch so ein Baum sein, wo was wächst. Denn es gibt schon so ein paar Bäumchen, an denen was wächst. Und wo man was runterpflücken kann. Und unter anderem könnten auch Oliven sein. Aber es kann auch sein, dass Oliven erst in der nächsten Saison kommen. Das war da noch nicht so sicher. Bauen wir mal wilde Beeren. Wilde Beere müsste ja eigentlich auch gehen, ne? Ist ja fruchtig. Ich müsste doch eine wilde Beere reinpacken können. Na, versuchen wir mal da hinzukommen. Aber, ach nee, jetzt sag ich, da geht's ja hinterlang. Nee, geht's nicht. Ah, wie komme ich denn da hin? So, äh, nicht. Da muss es noch einen anderen Weg geben. Ja, aber ich suche gerade den Truthahn. Weil, wenn man den Truthahn ganz sanft mit dem Besen streichelt, dann... gibt er einem etwas. Ich würde es mal so beschreiben. Okay, hier geht's auch noch weiter. Was haben wir hier? Boah, krass, ey. Also, du musst... Wenn du alles aufsammeln willst, was hier so rumliegt, kannst du einen ganzen Tag rumlaufen. Und wirst wahrscheinlich nicht fertig. Hey, der Truthahn, der kommt wahrscheinlich immer nur sporadisch oder wie oder was. Also, hier ist nix. Würde jetzt aber gerne mal gucken, ob ich da oben an den Baum rankomme. Den müsste ich ja hier oben immer links rum. Was ist mit den... Also, bei den Schafen passiert nichts. Das kann ich schon mal sagen. Ja, ist ja gut. Ah, hier runter. Okay. Und dann hier lang. Und da müsste jetzt gleich das Bäumchen kommen. Ja, guck mal. Eine Zitrone. Naja, fruchtig. Ist eher sauer. Oliven. Ich dreh durch. Es gibt Oliven. Es gibt Oliven im Frühling. Jawohl. Richtig gut. Weil ich hab doch... Das trifft sich gut, weil ich hab doch jetzt die Tomaten. Ich hab die Oliven. Da fehlt noch was. Angeln wär geil, ne? Angeln wär so geil. Ich weiß nicht, ob's schon drin ist. Ich meine, das kommt erst später. Berichtig mich bitte. Aber ich glaub, das kommt erst später mit rein. Geil, Oliven. Hab mich selten über Oliven gefreut, aber... Hier auf jeden Fall. Schön. Das nehmen wir natürlich alles mit. Dann drehen wir hier nochmal eine kleine Runde. Das nehmen wir mit. Ist ja alles for free halt, ne? Das Essen for free. Und, und, äh, ich mache dann Geld for free. Das ist ja noch viel besser. Komm ich hier irgendwo lang? Achso, na gut, das... Nöööööö. Da komm ich nach Hause. Okay, gehen wir mal in die Richtung. Das ist geil. Da gucken wir doch gleich mal nach. Ja, forstwirtschaftliche Abfälle. Ich meine, okay, aber ist auch Brennstoff kostenlos. Kannst du gar nicht meckern, ne? Hier auch. So, die Blümchen nicht? Nö, die nicht. Nö, die nicht. Aber das da, ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay. Kommt hier noch irgendwas? Ja, aromatische Pflanzen. Was war denn hier nochmal? Hier war ich aber schon. Ach ja, stimmt, hier war gar nichts. Das war dieser Picknickplatz, hätte ich bald gesagt. Aber die, ja genau, guck mal, Pilze. Boah, da kann man so leckere Sachen bestimmt machen. Ha, oh Gott. Ich werde ja gar nicht fertig. Ja gut, ich könnte jetzt auch mal das hier mitnehmen. Ein bisschen Kohle kann auch nicht schaden, ne? Außer auch Unmengen. Brennstoff. Unmengen. Man macht sich doch gar keinen Begriff, wie viel Brennstoff man hier braucht. So. Dann gehen wir mal langsam Richtung nach Hause. Langsam Richtung nach Hause ist auch schön. Steine kann man auch gebrauchen. Jawohl. Das nehmen wir mal mit. Ach, hier nochmal. Nochmal wilde Beeren. Ich drehe durch. Ja, dann versuche ich doch gleich mal so ein fruchtiges Ale zu machen. Ne? Ich gelobe Besserung und werde ein fruchtiges Ale machen. Eigentlich müsste ich jetzt hier täglich vorbeischauen und die Oliven bekommen. Schön. Okay. Na ja, wo ich schon mal da bin. Nimm mir den Kupfer doch mal mit. Ach, da fällt mir ein, ich muss hier die Kisten auch herstellen. Guck mal, das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber dann machen wir das nochmal. Dann stelle ich jetzt erstmal die Kisten her. Beziehungsweise, ne, ich gehe jetzt erstmal rein und schaue mal, ob ich was mit den Oliven machen kann. Das, das, das... Das triggert mich schon so ein bisschen. Habe ich was hier drin? Ne, gekauft hatte ich nichts. Okay. Na, dann schauen wir mal. Ich finde das mit den Kerzen so schade, dass sie die... Also, das wäre so cool, wenn das mal kommt, dass du die Kerzen löschen kannst. So, und dann... Achso, fehlt mir was. Was fehlt mir denn eigentlich? Brennstoff? Ja, natürlich. Na, komm. Hauen wir mal das Ganze vor zwischen den Abfällen rein. Dauert ein bisschen länger. Kann man auch festhalten, ich sage, ne. Okay, das sollte dann reichen, wenn ich brauche... Mills Ale. Oh, habe ich jetzt gemacht. Habe ich wieder rausgenommen, ne? Okay. Ach, ich habe hier sogar noch mildes Ale. Ah, dann wird es fruchtig. Was wird da? Fruchtig, wilde Beere. Fruchtig. Ne, die Zitrone ist jetzt... Das hier. Alles klar. Okay, okay, alles klar. Ich habe es verstanden. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wollte ich nämlich machen. Ja, es fehlt nämlich... Öl. Von Oliven. Und das brauche ich zweimal. Alles andere hätte ich... Olivenöl. Das kann ich doch bestimmt irgendwie selber machen. Klar. Gab es nicht eine Presse? Das gab doch irgendwie eine Presse oder sowas. Warte mal. Äh, Presse? Da ist die Presse. Kann viele Dinge auspressen. Ja, Oliven zum Beispiel. 2 Gold, 94. Boah. Das ist... Viel. Das ist viel. Ah, gut. Ist auch schnell gemacht, so, ne? Muss man den Laden mal eine Weile... Vielleicht öffnen wir den Laden heute doch. Ich glaube... Ähm, ich glaube ja. So. Jetzt habe ich natürlich eine Menge Material hergestellt und weiß jetzt gar nicht mehr, was brauche ich überhaupt noch. Ich wollte die großen Kisten... Scharniere. 4 Scharniere. Ja, pro Kiste. Ja. Pro Kiste. Das heißt, ich brauche 12 Scharniere für 3 Kisten. Das ist ja irre. Ähm. Na gut. Warte mal. Dann kann ich doch erstmal hier den ganzen Kram reinpacken. Sortieren wir das erstmal. Das da rein. Und... Ja, die können ja auch da rein. Das wird ja alles hier verarbeitet. So. Was wollte ich noch? Irgendwo habe ich da noch. Genau. Kupferbarren. Dann packen wir mal da hin. Steine auf jeden Fall. Was kann da noch rauf? Äh. Ja. 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 Mehr habe ich, glaube ich, nicht. Kann ich mein Inventar nicht machen? Ja. Das ist... Ach. Oh, das muss ich auch mal bauen. Siehste? Siehste? Okay. Scharniere. Scharniere. Scharniere hier. Eisennägel. Eisenbleche. Ich hab... Ich kann nur eins machen. Was fehlt? Die Eisenbleche. Und die mache ich auch hier, ne? Ne. Die mache ich hier. Okay. Ja. Machen wir ein paar. Was fehlt dir? Brennstoff. Ja, klar. Ah. Moment mal. Was musst du dann dabei haben? Ah, okay. Also den Brennstoff musst du schon dabei haben. Okay. Den kannst du nicht einfach... Ja, dann behalte ich mal die Kohle immer bei mir. Gut. Das Ding wirkt. Und dann werde ich erstmal den ganzen Kram einpflanzen da. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gekauft habe. Was habe ich denn da eigentlich? Das ist immer das Ding, wenn du so ein paar Tage nicht spielst. Ähm. Da weiß ich erstmal gar nicht mehr, was ich sage. Also Chili-Samen. Korbssalat-Samen. Paprika-Samen. Zuckerrohr. Weiß ich, was ich machen wollte, ja. Dann... Pflanzen wir das mal alles ein. So. Ähm. Irgendwo rein jetzt erstmal hier. Später wird das mal alles schick gemacht. Aber jetzt erstmal einfach nur ganz praktikabel in die Erde damit. Und gut ist. Warte mal. Die 9 einmal genau. So. Die 0. Und eine Sache habe ich noch. Und da kommt natürlich auch in die Erde. Gut. Gießen. Ja. Ich kann es mal ganz schlecht erkennen, ob es gegossen ist oder nicht, ne? Ne. Ich glaube, es ist gegossen. Aber sicherheitshalber. Gießen wir das alles einmal. Gießen wir das jetzt nicht. Okay. Ich stand wahrscheinlich nicht richtig. Und wo ich gerade dabei bin. Das auch. Genau. Gleich mal die Wassereimer voll machen. Weiß was? Ich würde sagen, wir machen mal den Laden ein bisschen auf. Wir müssen 3 Gold verdienen für die Presse. Die Presse wäre richtig gut. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Das wäre richtig, richtig gut. So. Das läuft hier langsam durch. Das ist okay. Dann lassen wir mal schauen. Äh. Hier haben wir ein Bierchen. Aber nicht mehr viel. Und da haben wir noch. Wobei, das Brot würde ich jetzt ganz gerne aufheben. Das brauche ich später für die Bruschetta. So. Äh. Ja. Kerzen nochmal auffüllen. Und dann kann es losgehen. Dann können wir den Tag starten. Und unsere Gäste empfangen. Bin ich bereit? Ja. Ja gut. Bierchen muss ich dann gleich holen. Wobei, ne. Ich hol es gleich. Da bin ich schon dabei. Ich werde doch wohl irgendwas im Keller haben, was reif ist. Das sieht richtig gut aus. Oh yes. Boah, ich würde die Sachen so gern durchreifen lassen, ne. Hier ja auch. Das Zeug, das ist richtig gut. Gereift. Okay. Das nehmen wir mal mit. Ja gut. Das ist, ja. Komm, das nehmen wir auch mit. Und die anderen Sachen sollen noch ein bisschen länger reifen, damit ich mehr Geld davon kriege. Okay. Das heißt auch wieder, ich muss da langsam mal was unten reinpacken. Genau. Ja gut. Hier läuft ja gerade was durch. Noch nicht. Nein. Ich habe es abgebrochen. Oh. Das war ja richtig gut. Käpt'n, das hast du richtig gut gemacht. Okay. Komm. Laden aufmachen. Los geht's. Hier warten unsere Gäste. Da muss ich aufpassen. Da ist die Kerze bald vorbei. Und hier ist auch bald mit dem Bierchen vorbei. Hier ist noch eins und da drei. Fülle hier was Neues rein. So, kommt rein, Leute. Seid nicht so schüchtern. Los. Ich will Geld verdienen. Ja, los geht's. Breichen. Ah, du willst ein Bierchen? Natürlich. Kriegst du doch. Du auch. Du auch. Ja, dann ist das schon leer. Guck mal. Sind wir das schon mal los? Äh, dann packen wir das da rein. Das gereifte. Ah, du kriegst das letzte. Sehr gut. Äh. Ne, wolltest du nicht das haben? Hä? Das Fass ist leer, ja. Wer will das schon haben? Okay, das war... War das Symbol? Ah, hallo. Moment mal. Wie verwässert. Wie hier ist was verwässert. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Tschüss. So. Ich glaube, das geht los. So, dann müssen wir erstmal alle schön hier zufriedenstellen. Achso, das Fass ist leer. Dann kommt das da rein. So. Oh Mann, ich komme da jetzt... Das wird jetzt echt... Ich komme da gar nicht hinterher. Ich brauche Angestellte. Aber die sind mir zu teuer. Die sind mir zu teuer. Ist ja die Frage... Ja, die verdienen wahrscheinlich nur Geld, wenn der Laden auf ist, ne? Hä? Hä? Ich habe das falsche Bier. Hä? Ich brauche... Ja, warte mal. Ich brauche Rot. Habe ich das nicht hier auf dem Dings drauf? Dich müsste ich bedienen können? Ja. Dich auch. Jetzt mache ich aber die Tische sauber, ne? Wobei, die sind eigentlich noch ziemlich sauber. So, bis... Bis... Ähm... Drei Gold waren es, ne? Zwei Gold irgendwas. So lange machen wir jetzt hier. Eine warme Mahlzeit und ein kaltes Getränk. Dieser Ort versüßt mir den Tag. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Ähm... Du kriegst dein Breichen. Und du kriegst das. Nicht. Irgendwie bin ich bei den Bieren gerade total irgendwie. Weiß auch nicht. Du willst das haben. Ne, doch. Ja, klar. Was für ein Bier hab ich da jetzt eigentlich noch drauf? Kann ich jetzt gar nicht sehen. Ich will es mal zurückpacken. Geht das überhaupt? Ja. Okay. Hey. Moment, 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 Moment. Gleich raus. Gleich raus. Wenn die weiterlaufen, wenn die nicht zum Ausgang gehen oder, oder, äh, sagen, ist gut, ist gut, gleich rausschicken. Was, ne Spelunke? Moment mal. Moment mal. Tschüss. So, es wird kalt. Ah. Jetzt machen wir uns das heimelig hier. Jetzt, jetzt wird's gemütlich erst richtig. Oh, Mann. Die trinken mir die Haare vom Kopf. War das eigentlich mit den Breichen? Neun Breichen. Aber, Breie? Breie? Ah, okay. Da will noch einer. Das Problem ist, danach saufen die, äh, saufen die. Danach gibt's noch die Pampe. Und die bringt's ja nun gar nicht. Ich glaub, drei, drei Gold wird echt schwierig. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, der Tisch sieht aus. Der Tisch sieht schlimm aus. Ich brauch jemanden, der die Tische abwischt. Oh nein, das Feuer ist aus. Entzünden. Ja, genau. Machen wir schon Kohle rein. Was soll der Geiz? Ich hab's ja. Ich hab's ja, ne? Kohle, gar kein Problem. Ne, die hol's mal eben so weg. So, irgendeiner will von euch einen Brei. So. So, da haben wir zweimal dit. Und zweimal dat. Oh, Mann. So, schön. Aber wir sind noch weit von den zwei Gold entfernt, ne? Ich möcht' diese Presse haben. Ich will meine Oliven pressen. Gut, die Quest mach' ich auch noch fertig, aber... Puh. Ja, Breiche müssen jetzt bald durch sein. Vier Breie noch. Und dann, äh, gibt's Pampe. Dann gibt's lecker Pampe. Okay. Was möchte er da? Okay, haben wir das. Aha, der hat mir da vom Tablett geklaut. So, weiter geht's. Sehr schön. So, ich guck mal kurz nach meinem... Ah, das dauert noch ein bisschen, okay? Hm. Na, komm, machen wir die Tische einmal. Ist schon echt ein weiter Weg. Ja, bis Level 7 ist schon... Da bist du eine ganze Weile dabei. Ja, ich mach den Tisch sauber. Sehr gut. So, nochmal die Katze streicheln. Und dann, was haben wir? Zweimal Rot. Dreimal Rot. Und Brei. Ah, jetzt gibt's Pampe nur noch. Jetzt gibt's nur noch Pampe. Schade. Schade. Und hier ist auch bald alle. Hm. Es wird knapp. Nee, das wird nicht knapp. Das wird total schwierig. So, wer will noch was? Der will noch was. Ja, das eine Ding ist schon total leer. Ähm. Schmeißen wir... Ein Wasser. Machen wir das erstmal weg. Jetzt sehe ich hier nur noch Wasser und Pampe, ne? Das bringt natürlich nix. Zwei Gold. Düm, dü-dü-dü-dü-düm. Wasser, Wasser, Wasser. Auf einmal sind die alle auf Wasser umgestiegen. Komisch. Ich weiß gar nicht warum. Ah, ich find den Besen super. Der macht seine Arbeit echt gut. Der macht seine Arbeit echt gut. Gefällt mir richtig gut. So, ich muss meine Katze auch mal Wasser reinmachen. Der hat da mir nix mehr. Zack. So, einmal. Mildes Ale. So, will jemand wat? Nö. Ah, ich glaub ich kann den Laden auch gleich dicht machen. Also, ähm, bei den Preisen bringt das dann auch nix. Das dauert ja Ewigkeiten. Das macht keinen Sinn. Muss ich halt um den Tag verschieben. Nützt nix. Nützt nix. Guck mal, das ist mir auch das letzte jetzt. Zack. So, Leute. Letzte Runde. Letzte Runde. Hat nicht ganz gereicht. Schade. Aber ich muss ihn mir mal vorbereiten auf den nächsten Tag. Ein bisschen, weil sie vielleicht ein paar Tage später... Ähm... Ich muss ein paar... Ja, ein paar Breichen. Oh, guck mal hier. Gemüse, Gemüse. Einmal mit Wasser. Bringt ein... Ja, bringt auch nicht viel, ne? So ne Plürre. Einmal mit Wasser. Das ist halt nur ein Gemüse mit Wasser. Da bringt ja das Brot noch mehr. Dann machen wir lieber ein Brot, oder? Machen wir lieber leckeres Brot. Und hier machen wir mal ein bisschen Brotteig. Oh, sehr gut. Und hier sollte ich auch am besten immer was machen. Machen wir mal dunkel. Und jetzt fehlt ein Brennstoff. Sehr schön. So, hab ich hier was? Äh, ja, dunkel mit... Achso, das brauch ich noch gar nicht. So ein Ding brauchte ich einen zweiten. So, alle gehen nach Hause. Wunderbar. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Beehren sie uns bald wieder. Sehr gut. Naja gut, zwei Gold, 17, ne? Ist halt wie es ist. Aber dann kann ich gleich noch mal... Ne, ich guck gleich nach gar nichts. Ich geh jetzt ins Bett. Ein Uhr. So, Licht aus. Tür zu. Katze ist da. Ja, dann geh ich auch ins Bettchen. So, schlafen. Für Zeit. Ah, schade. Schade. War ein bisschen euphorisch. Hätte gedacht, das klappt mit den... Mit den, äh, drei Gold, aber... Ne, leider nicht. Ob dieses Bettenmachen überhaupt irgendeine Funktion hat? Oder ist das einfach nur Beschäftigung? Schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. So. Eine Menge ist fertig. Dann, äh... Da fehlt mir jetzt... Nicht genug Zutaten. Okay. Was fehlt mir denn? Ach, einmal mit Wasser. Wurde sagen. Hey, habt doch alles da. Habt doch Mehl ohne Ende. Ja, dann gehen wir mal raus. Wischen Beine vertreten. Und dann holen wir mal ein bisschen Wasser. Ich glaub, das war's erntereif. Oder? Täusch. Okay. Rote Beete und Zwiebeln. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne. Ich hab wirklich nichts bestellt. Okay. Dann ist es so. So. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Und hier... Machen wir schönes Dunkles. Frucht. Was ergibt denn das jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt so... Okay. Drei... Vierunddreißig. Was bringt denn eigentlich am meisten? Drei-dreißig. Also das hier bringt am meisten. Drei-dreißig. Komm, dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob das schmecken wird, aber... Es geht halt. Deswegen mach ich so. Hier, schönen Teig weitermachen. Da machen wir wieder was. Sehr schön. Und da machen wir... Oh, mildes. Hauptsache, da läuft irgendwas. Und hier... Dann machen wir den Haferbrei. Komm. Schön leckeren Haferbrei. Damit wir was haben. So. Hab ich jetzt... Achso, hab ich jetzt... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich muss doch für meine Quest das Ding reifen lassen. Ähm... Mildes L. Jung. Und ich glaub, das muss schon... Was ich da in der Quest habe... Mildes Ale. Da steht nur mildes Ale fruchtig. Was hab ich denn jetzt hier... Ungereift? Ob ich das ungereift nehmen kann? Steht ja eigentlich gar nicht bei. Ich werd's mal ausprobieren. Ne. Es muss wohl gereift sein. Okay. Dann lassen wir das mal reifen. So. Und hier hinten ist das Fruchtige. Gut. Ist wahrscheinlich der Reifegrad ziemlich egal, ne? Hauptsache es gereift. Hauptsache es genießbar. Schön. Hier ist nichts zu tun. Dann geh ich mal... Zu den Kisten. Hm. Hm. Da müsste es jetzt ein bisschen weitergehen. Hm. Genau. Hau da mal drauf. Okay. Die Scharniere. Und das. Und dann fehlen mir... Ich glaub, ich hab's für eine Kiste Scharniere gemacht. Ne. Oh, Nägel fehlen jetzt wieder. Also noch zwei Sch... Oh. Ja, es sind immer zwei. Ich brauch noch mehr Nägel. Nicht genug Zutaten. Was fehlt mir denn? Eisenbarren. Jetzt fehlen schon die Eisenbarren. Oh. Wahnsinn. Das ist ja eine Materialschlacht hier. Okay. Gut. Ähm. Schauen wir mal weiter. Schau ich noch mal runter, ob der... Ob der... Truthan wieder da ist. Das wär natürlich nett. Hehehe. Hehehe. Damit ich ihn mit meinem Besen streicheln kann. Oh, da ist er. Hallo Truthan. Tatsächlich, das geht. Okay. Hat er dabei gehabt, garantiert. Reden wir nicht mehr drüber. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann klöbeln wir da mal alles weg hier. Klöbel, klöbel, klöbel. Dann nehmen wir natürlich alles schön mit. Boah, ist das wahnsinnig, wie viel Material man braucht. Ich mein, es hätten wahrscheinlich auch einfach, ähm, drei normale Kisten gereicht, ne? Weil, wenn ich das alles verteile, die ganzen Sachen, dann hab ich schon ziemlich viel Platz. Aber wie das halt so ist, dann hat man halt eine richtig schöne große Kiste und lange, lange, hoffentlich, lange, lange Ruhe, äh, bis die mal voll ist. Und irgendwann müssen die ganzen Stellen ja auch noch hier hin. Also mit dem Platz wird's hier auch mal knapp, oder? Weiß nicht. Aber das ist noch ein langer Weg. Was hat so ein Stall gekostet? Ich glaube, 15 Gold? Boah. Und ich tue mich schon mit drei Gold schwer. Klar, es wird ja auch irgendwann immer mehr Geld, das man kriegt, weil man immer tollere Sachen herstellt. Aber, da bin ich noch nicht. Da bin ich ja noch nicht. So, was sagen die Scharniere? Oh, yes. Jetzt fehlen die Nägel. Jetzt fehlen die Nägel. So, mach nochmal ein bisschen mehr davon. Und du machst jetzt mal ein bisschen Nägel. Läuft. Okay, ähm, geh ich mal hier oben lang. Ah, mein Olivenbaum. Mein Olivenbaum. Da will ich mal gucken. Also, wenn er wirklich täglich Oliven trägt, dann würde ich da jetzt die letzte Zeit der Saison noch, ähm, täglich vorbeischauen. Halt. Die Oliven sind schon cool. Freue ich mich schon drauf. Ich freue mich schon auf die Presse. Und ich freue mich dann schon, den ganzen Kram zu pressen und dann Öl zu bekommen. Und dann eine Broschetta zu machen. Die bringt ja dann drei Silber. Das ist viel besser als der olle Brei. Also, ja, fast der dreifache Preis, ne? Ich glaube, der Brei bringt eins irgendwas. Ah, das ist schon richtig gut. Aber hier bin ich gerade falsch. Das ist nicht so gut. Halt. Ah, das war ja klar. Milde Kräuter. Was ist man hier? Material hier sammelt total... Ne, okay, täglich. Täglich leider nicht. Schade. Okay, okay. Alle paar Tage muss ich nochmal nachgucken. Wäre, glaube ich, auch ein bisschen doll, wenn da täglich was rauskommen würde bei... Ähm, das wäre schon hart. Das wäre schon wirklich hart. Halt. Auch Steine brauchen wir. Also, da sollte man auch nicht noch vorbeilaufen. Auch wichtig. Kann ich hier klauen? Nein. Nein. Ah, die Frischstoffe Natur. Es gibt nichts. Was? Irgendwas mit Leben. Ich hab's nicht mehr gelesen. So. Na gut, hier wird's auch nicht mehr so viel geben, weil ich hab schon, äh, gestern ziemlich viel weggekloppt. Das wird nicht täglich erscheinen, ne? Wäre ja auch Wahnsinn. Dann müsst ihr ja täglich hier diese Runde machen. Dann schaffst du ja alles gar nicht. Dann, äh, dann, äh. Klappen wir noch ein bisschen weit weg. Also, so eine Kiste zu bekommen in der Folge, das wäre schon mein Ziel. Das wäre schon schön. Die erste Kiste. Da fehlen immer noch zwei. So. Scharniere fertig. Ach nee, den muss ich erst machen. Ah. Ne, Nägel fehlten jetzt. Nägel fehlten. Ach, endlich. Naja, jetzt braucht die aber noch ein bisschen. Wobei, geht relativ... Ja, geht relativ schnell. Komm. Dit machen wir eben noch. Dat machen wir noch fertig. So viel Zeit muss sein. Okay. Dann schauen wir mal hier, äh. Warte, ist mit denen eigentlich, wenn ich mit denen rede? Ne, ist immer dasselbe, was die sagen, ne? Ja. Ja. Ich... Ich wollte den gerade mit dem Besen schlagen. Immer wenn ich diese bösen Smilies sehe, habe ich den Drang, mit dem Besen zu schlagen. Oh, ein Pilz. Ein leckerer Pilz. So, kriegt man die eigentlich auch? Ah, ja. Da kann ich doch mal was Leckeres mit Pilzen machen. Da muss ich mal schauen, ob es da irgendwas gibt. Oder ein Rezept halt holen, ähm, mit Pilzen. Das könnte sich schon lohnen. Aber ich möchte jetzt unbedingt diese Presse haben. Presse, Presse, Presse. Naja, gut. Zumindest habe ich schon mal eine Kiste. Das ist ein kleiner Trostpreis. Ach, Mann. Oh, ich will hier aber lang. Ich möchte. Bitte, 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 bitte. Ne, leider nicht. Ne, leider nicht. So. Hier noch ein Pilz. Was war das denn? Achso. Und. Ja. In die Höhle möchte ich jetzt nicht. Dann gehen wir mal zurück. Da müssten doch jetzt eigentlich die Kiste fertig sein. Warte mal, was war daneben? Achso. Das war das. Halt, da ist noch ein Pilz. Also, oben ist noch Kohle. Ja, die muss ich auch noch holen. Man muss sie auch mitnehmen. Kann es nicht liegen lassen. Das muss alles mitgenommen werden. Das wäre reine Verspennung. Ich will nicht weiter hoch gehen. Da ist noch mehr. Ich weiß. Ist noch ein großes... Ja, komm. Ich will gehen hoch. Weil ich weiß, da ist ein großes Kohle-Vorkommen. Okay. Gut. Das haben wir. Das haben wir, wa? Da haben wir noch ein paar Pilze. Die gelbe Kratterelle. So. Oh, da habe ich mal Kohle liegen lassen. Das ist das Coole, dass es liegen bleibt. Nicht verschwindet über Nacht. Sondern, dass es wirklich liegen bleibt, bis ich es einsammle. Das finde ich wirklich gut gemacht. Gefällt mir. Jetzt sammeln wir im Endeffekt doch alles ein, ne? Ich wollte das gar nicht. Aber es ist halt... Ja, du kannst es halt... Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann sowas nicht liegen lassen. Könnt ihr sowas liegen lassen? Auch wenn ihr wisst, ihr braucht es nicht zwingend. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Es ist... Es muss. Post nix. Muss mit. Ist einfach so. Schön. Das haben wir schon mal. Okay, da ist nix. Dann gehe ich jetzt zurück. Und die Kiste müsste jetzt eigentlich fertig sein. Yes. Kiste fertig. Sehr gut. Die werden wir gleich mal schön hinsetzen hier. Ähm... Dann kommt die hier hin. Das heißt, hier kommt jetzt alles rein, was das mit Holz irgendwie zu tun hat. Ja gut, das braucht ihr eigentlich nicht rein. Ähm... Habe ich hier noch irgendwas? Ne. Ne. Okay. Okay. Ach, hier... Ach, hier habe ich gar nichts mehr drinne? Ich hatte gedacht, den Kram hatte ich hier noch drinne. Naja, gut. So, Steinchen. Und... Ja, die Scharniere und den ganzen Tüdelüt. Und das. Und das auch wieder rein da. So, einmal nach Art sortieren. Das auch einmal sortieren. Ja, und hier ist gar nicht so viel drinne. Schade, ich hätte gedacht, ich hätte wesentlich mehr. Aber gut, echt großes Ding. Wie viel sind das jetzt? Wahrscheinlich die Hälfte, ne? Hier drüben. Ja. Okay. Doppelte Größe. Das ist richtig gut. Und... Ja, gut. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hätte gerne noch die Presse gehabt. Hat nicht geklappt. Wird wohl was in der nächsten Folge werden. Da gehe ich ganz stark von aus. Ähm... Jetzt muss ich noch ein bisschen Geld verdienen. Drei Gold. Dann gibt es die Presse. Und dann pressen wir schön Olivenöl. Und dann machen wir eine schön leckere Bruschetta. Das wird sich gut. Und dann verdienen wir auch mehr Geld. Und dann kommen wir voran. Vielleicht stellen wir noch mal jemanden ein. Mal sehen. Wir wollen es nicht übertreiben. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr in die nächste Folge wieder reinschauen würdet. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.